Hallo, wir werden jetzt eine AC72-Steuerung in Betrieb nehmen in der meistgebräuchlichen Funktion, nämlich einer Teilöffnung zur gesicherten Zuluftnachführung. Dafür ist es natürlich ganz wichtig, dass der WA300, der unser Tor betreibt, schon eingelernt ist, aber auf keinen Fall die Teilöffnung schon eingestellt wurde. Das wird nämlich dann über unsere AC72 gesteuert. Wir werden dazu den Deckel unserer AC72 öffnen und müssen den Dill-Schalter Nummer 1 in die On-Position bringen. Nachdem wir das getan haben, wird das Miniaturschloss, welches zweistufig ist, auf die Raststellung 2 eingestellt und danach werden wir unseren Antrieb in die gewünschte Zuluftposition fahren. Das wird über die Deckeltastatur der Steuerung 300U realisiert. Dort fahren wir jetzt über die Tastetor auf, unsere Anlage in die gewünschte Teilöffnungsposition. Wenn diese Teilöffnungsposition erreicht ist, müssen wir am WA300 den Dill-Schalter Nummer 6 für die Teilöffnung aktivieren. Die Steuerung befindet sich hier in unserem WA300 und wir stellen den Dill-Schalter Nummer 6 in die On-Position. Steht der Dill-Schalter Nummer 6 in der On-Position, was ich jetzt einmal hier am Antrieb tun werde, können wir über die AC72 die Funktion aktivieren. Dazu betätigen wir die Test-Taste. Die Anlage fährt einmal ganz auf und danach in die Teilöffnungsposition gesicherte Zuluftzuführung. Jetzt ist die Anlage eingestellt und betriebsbereit. Das Miniaturschloss wird danach wieder in die Stellung 0 gefahren, bedeutet, wir sind jetzt betriebsbereit. Das, was jetzt folgt, ist natürlich der Systemtest. Für den Systemtest, um diesen durchführen zu können, fahren wir jetzt einmal die Toranlage in die Position Tor zu. Und wenn wir den Systemtest durchführen wollen, ist es so, wir brauchen auf jeden Fall unseren Schlüssel für das Miniaturschloss oder den Profilhalbzylinder, der auch für diese Anlage lieferbar ist. Denn ohne Schlüssel kann ich den Systemtest nicht durchführen. Ich stecke den Schlüssel ein und nutze die Raststellung Nummer 1 und schalte die Anlage jetzt sozusagen scharf für den Systemtest. Ich drücke einmal die Test-Taste und sehe, die Anlage fährt in die gesicherte Zuluftposition. Haben wir dort noch eine Signalleuchte installiert, was natürlich sinnvoll ist, damit wir signalisieren, die Anlage fährt in die gesicherte Position, dann würde diese entsprechend leuchten. Nachdem wir den Test durchgeführt haben, über die Test-Taste, haben wir jetzt die Position erreicht, gesicherte Zuluftzuführung und der Test war erfolgreich. Nach dem Systemtest müssen wir natürlich die Anlage wieder betriebsbereit schalten. Und das erfolgt ganz einfach, indem wir den Schlüssel auf der Position 1 stehen lassen, einmal die Reset-Taste drücken und den Schlüssel wieder in die Position 0 stellen. Danach können wir die Anlage wieder über die Deckeltastatur bedienen.